Das Ziel des Wirtschaftens ist nicht das Geld, sondern die Befriedigung von Bedürfnissen. 90 Prozent der Menschen eine neue Wirtschaftsordnung wünschen. Es ist hier in den letzten Jahren vieles passiert, was nicht in Ordnung war. Ja, ich habe heute die Ehre, ein neues Wirtschaftsmodell vorzustellen, die Gemeinwohlökonomie. Von allen Alternativen, die viele gibt, ist es für mich die mehr holistische und die mehr nahe Realität. Es geht einmal in Richtung Bewusstseinsbildung. Das heißt, alle Leute, die sich damit auseinandersetzen, müssen sich dessen bewusst werden, wo wollen wir als Gesellschaft hin. Da kommt jetzt ganz etwas anderes daher, als ich gelernt habe, als ich kenne. Hier gibt die Gemeinwohlökonomie eine neue Richtung. Nach einer sozialeren Wirtschaft mit geringerer Ungleichheit, nach einer ökologisch nachhaltigeren Wirtschaft ohne Wachstumszwang, nach einer solidarischeren Wirtschaft mit Kooperation statt Konkurrenz, nach einer regionaleren Wirtschaft mit weniger Globalisierung, nach einer demokratischeren Wirtschaft, wo die Demokratie endlich auch in die Märkte und in die Unternehmen Einzug halten darf. Plötzlich wird die Gemeinwohlökonomie so zu einem Spiegel für das eigene Tun. Das ist eine authentische Ökonomie, die viele Menschen sicher denken. Mein erstes Gefühl war Skepsis. Mein zweites Gefühl war Neugierde. Und mein drittes Gefühl war eine freudige Überraschung. Da gibt es jetzt endlich jemanden, der das auch ausspricht und der da etwas weiterbringen möchte und umsetzen möchte, was ich schon lange im Herzen trage. Es gibt auch andere Wirtschaftsformen, es gibt auch andere Möglichkeiten als Unternehmen zu wirtschaften. Das sind Projekte, um zu suchen. Und so, was ich in einer Gesellschaft für mich zu suchen, wird positiv und ich werde sie immer unterstützen. Wenn wir alle nur warten, dann werden wir so sicher nicht zu einer anderen, positiveren Welt kommen. Und was unstrittig ist, eine Wirtschaft, in der die Würde des Menschen, aber auch aller anderen Lebewesen, im Mittelpunkt der wirtschaftlichen Aktivität steht. Das, was es wirklich endlich auf den Punkt bringt, was Neues Wirtschaften tatsächlich ist. Tutto il sistema economico ed ecologico fa parte del nostro Benessere, questo Gemeinwohl. Die Gemeinwohlorientierung ist ganz was Neues. Man kann sagen, das ist etwas Revolutionäres. Wir müssen ein Fundament bauen und nicht gleich mit dem Dach verbinden. Das jetzige System, das wir haben, eigentlich nicht zukunftsfähig ist. Die Revolution muss sein, die Revolution der Menschen. Jetzt weiß ich, worum es geht. Ich weiß, wo ich überall verantwortlich bin. Ich weiß, was ich tun kann, um eine bessere Welt in dem, wie ich wirtschafte, befördern zu können. Gemeinwohl ist für mich ein Gesellschaftssystem, wo es nur Gewinner gibt. Mehr braucht man dazu nicht zu sagen, weil jeder Vorteile davon hat. Das wäre eine schöne Version, wenn man das erreicht. Das ist eine neue Version, wenn man das erreicht hat. Aber weil die Revolution ist nicht zu sagen, wie wirtschaftlich sind. Das ist eine sehr wichtige Version. Wenn man das gemacht hat, ist das eine große Menge. Ich hoffe, dass das eine gute Woche macht, ist das eine große Rolle.